hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von skyrim und ich habe immer noch probleme meine haftert als ruine ich habe noch immer probleme ich weiß nicht wo ich hin muss das ist mein problem ich weiß es immer noch nicht das klingt eigentlich recht gut die ice cream von alftat denn da muss ich eigentlich auch hin die frage ist hier sagt er mir dass ich wieder zurück muss und ich komme noch immer nein sagt mir gar nicht dass ich zurück muss ich muss weiter irgendwie habe ich probleme mit meiner ausdauer anzeigen seitdem ich das letzte mal den trank geschluckt habe das ist nicht sehr gut eis ruinen alftat so einmal kurz gucken aha guck mal eine an ich muss tatsächlich hier runter so wie es da stand so wie es da stand das ist ein problem ich sehe gerade das ist hochkopf und ich hoffe die waren in dem ersten mal in dem ersten video jetzt nicht so extrem so kann ich einfach nur hoffen kann ich einfach nur hoffen denn sonst kann ich die nächste Folge nochmal neu aufregen so sind wir hier richtig? nein wir sind dran vorbeigelaufen so ach nein das ist ja ja das ist ja der Weg hm gut ich weiß da müssen wir hin immer schön weiterlaufen hier war irgendwo eine Falle die ich der ich jetzt geschickt mal ausgerüchten bin warte mal war das hier ach das war das hier gut dann mach rein schön hopp zurück ja hab jetzt zu lange gewartet hab jetzt zu lange gewartet so und nicht durch genau so so hier sind wir weiter gelaufen ähm hm es muss irgendwo ein gewisses Rätsel geben was ich noch nicht so ganz verstanden habe wo ist das das ist mein Problem und ich weiß nicht wo es ist das ist mein Problem deshalb haben wir jetzt gerade ein riesiges Problem deshalb haben wir jetzt gerade ein riesiges Problem genau hier gehts nach unten hier gehts nach unten gut hier können wir nicht weiter aber hier so andere Seite hier gehts nach unten so so wir müssen also ich hab jetzt nochmal nachgeguckt wir müssen bis zu diesem komischen Centurio kommen und ich weiß nicht wie lange das dauern wird oder wo wir hin müssen aber wir sollten zu diesem Centurio und danach soll es ein Rätsel geben in diesem Rätsel werden wir dann schließlich erfahren wir sind am Centurio sind wir leider schon vorbeigelaufen das habt ihr gemerkt schon öfters die Frage ist nur wo ist dieses dumme Rätsel ich weiß es leider nicht wo ich das gesehen habe ich müsste das nochmal angucken aber erstmal wir müssen an diesem Centurio vorbei so weiterlaufen immer schön weiterlaufen das ist ein bisschen schwierig aber wir sollten mal gucken ob wir vielleicht irgendwelche Mana Probleme haben ja Stamina Magica zwei Minuten ok ok so wo geht es hier weiter ach hier perfekt so weiter runter weiter runter da geht es entlang ja genau so hier geht es immer schön weiter gut dann sind wir wieder da wo wir vorher waren allerdings weiß ich nicht wo wir diese Aua hier waren wir doch schon hier war der Centurio so so ja in den Centurio habe ich diesen Aufstieg zum Schlüssel genommen so Objekte Schlüssel Delfins Geheimtür Schlüssel zum Observatorium Festung Dämmerlicht zum Mineamt stehen ok Blutspieltermine Dämmerlicht Observatorium von Milz zu Flufft gut so hier ist auch alles ok können wir hier irgendwo hin wieso besitze ich noch immer keine Dietriche das war so dumm so das habe ich hier gekauft ja genau oder den Dings habe ich gemacht so das ist Himmelsrand und da möchten wir nichts hin Zwergenmechanismus aktivieren in die Richtung hm hm können wir vielleicht über den Centurio was machen angeblich soll ich hier irgendwas machen können da oben da oben was können wir denn hier oben so machen nichts und den Hebel aktivieren gut und wir haben noch eine Tour mit dem F200 die ich brauchen kann und ich besitze keine Dietriche mehr aber irgendwann kann ich jetzt wieder laufen ist doch schon mal schön so wir müssen auf jeden Fall hier runter wir müssen nach Blackreach scheinbar oder nochmal zurück oder nochmal zurück wir müssen auf jeden Fall so ein verdammtes Zwergenrätsel lösen allerdings ne 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 hier ist tatsächlich nicht wir sind wir müssen nach Blackreach so hier sind wir kann das vielleicht offensichtlich sein dass wir da rein müssen da rein könnte das vielleicht offensichtlich sein ähm ähm Truhe 8 Gold Skelett und gib mir den Zwergenfall Truhe paar Ringe Zaubertrank der Heilung ist ganz mal schlecht zerschlissene Hose wer braucht eine zerschlissene Hose hier boah top kann ich alles nicht machen ne ne gut Knister was haben wir hier drin schon vielleicht was sinnvolles so dann nehmen wir mal hier alles mit und gucken mal was wir damit machen können denn wir haben ja hier nebenan nennen wir einen Arkan Verzauberungstisch nennen wir einen Arkan Verzauberungstisch nennen wir einen Arkan Verzauberungstisch und bestimmt was was wir noch nicht haben hier kann man tatsächlich jede Menge machen so gut als erstes Objekte gucken ob wir irgendwelche Sachen noch nicht kennen zum Beispiel zum Beispiel zum Beispiel zum Beispiel zum Beispiel anfällig anfällig ja wir essen immer ein kleines Geweih zum Frühstück weiß doch jeder so unbekannt 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 ok und dann versuchen wir mal ein bisschen was so zack zack herstellen gut zack 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 der kommt weg so Ausdaueride herstellen so Gesundheit wieder herstellen ha guck mal Gesundheit verstärken Illusion Magiker wieder herstellen schön da haben wir noch ein bisschen was gefunden und das war's ja ein Schmiedband gut hm ich weiß nicht wo wir hin müssen angeblich Pumping Station Bring dir die Schriftrolle der Alten in deinen Besitz Was ist das da? Wenn wir mal hier rumgehen und gucken, was es hier gibt. Was ist eigentlich damit? Warte mal, ich bin von hier gekommen. Ja. Dann gucke ich erstmal, was es hier unten gibt. Ein Befall mal, der ist leer. Dann fahre ich auch drauf. Kann ich hier vielleicht was abbauen? Nein. Dann gucke ich nochmal da hinten, was das dicke da ist. Vielleicht ist es ja wichtig. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es war. Da vorne ist es genau. Oh, der hat sogar noch ein paar Pfeile dabei. Wie schön. Aber vor allem, wie du auch immer heißen magst. Dann laufen wir mal hier weiter nach oben. Ich möchte unbedingt wissen, was wir tun müssen. Ich glaube, das hat hier irgendeine Bedeutung. die Debattierhandel, da war ich schon. Hier war ich auch schon überall. Verdammt. Verdammt. Ach, tut mir leid, Leute. Aber... Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ich hätte gerne welche. Aber ich habe keine. Wie wäre es, wenn wir hier mal weitergehen? Mal gucken, ob wir hier irgendwas herausfinden. Oh, sind die vielleicht böse? Ja, sie sind böse. Ja. Sie sind böse. Gar nicht gut. Ich sollte vielleicht abhauen. Ja. Schützt du mich mal. Ich gehe mal nach da oben hin. Und gucke, was es da oben gibt. Da oben. Hm. Was soll ich tun? Verdammt nochmal. Ah. Vielleicht den... Tower ohne Texturen hochgehen. Kommt Feuer an der Tausch. Einhändig verbessert. Wie schön. Oh, ich habe eine neue Stufe freigeschaltet. Das ist ja noch schöner. Ähm. Hallo. Spinnchen. Nein. Ruhe. 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 Nein. Nein. Nichts mitnehmen. Gut, dann versuchen wir einfach mal... diesen... Aufzug. Danach machen wir Schluss für heute. Wir sind jetzt tatsächlich hier hochgekommen. Aber mehr haben wir auch nicht gemacht. Boah. Ich könnte... Ich könnte... mich jetzt hier so richtig aufregen. Wo müssen wir hin? Okay. Wir speichern hier... Und sagen... Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und diesmal werde ich mal ein bisschen mehr gucken. trober umsweit. Dach. 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 Dach! Dach.